Karatbars Deutsch In diesem Video erfährst du, wie du den bestmöglichen Start bei Karatbars hinlegst, und damit die wichtigsten Schritte in Richtung deiner finanziellen Freiheit und Unabhängigkeit gehst, sowie welche extrem wichtigen Details du dabei unbedingt berücksichtigen musst. Und jetzt kommt der Oberhammer. Diese, zur Erlangung deiner finanziellen Freiheit und Unabhängigkeit, so wichtigen Schritte, geht kein geringerer, als Andreas Schiffner, persönlich mit dir. Andreas Schiffner ist ein sehr erfahrener Karatbars Insider und von seiner Qualifikation her, bereits Golddirektor Elite. Doch es kommt noch viel, viel besser. Der Mann, der dir in wenigen Sekunden, Schritt für Schritt zeigt, wie du den bestmöglichen Start bei Karatbars hinlegen kannst, hält sogar einen Weltrekord bei Karatbars. Andreas Schiffner ist derjenige Karatbars Golddirektor Elite, der diese Qualifikation in der mit weitem Abstand kürzesten Zeit erreicht hat, die jemals bei Karatbars erzielt wurde. So, hallo, hallo, Andreas, mein Liebster. Hier ist sie, deine wohlverdiente Golddirektor Elite-Karte. Andreas, was du geleistet hast, das ist wirklich unglaublich und unbeschreiblich. Das ist ein Firmenrekord. Das hat noch niemand geschafft, in drei Wochen auf die höchste Position zu kommen. Ich bin froh, dich kennenlernen zu dürfen, mit dir arbeiten zu dürfen. Und du bist so eine Bereicherung auch für mich persönlich. Das möchte ich dir hier an dieser Stelle einfach mal sagen. Und es tut mir immer gut, wenn ich mit dir skypele und wenn ich dir in Ereignis auch helfen kann. Dirk, was mache ich dazu? Das ist ja, die Leistung ist verrückt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Perfekte Leistung, tolle Performance, einfach richtig, richtig gut gemacht. Von meiner Seite aus auch nochmal super, super herzlichen Glückwunsch. Wir sind voll stolz darauf, hier in der Firma, dass wir so eine Leistung haben konnten. Wir werden dich direkt platzieren hier zwischen die Besten, zwischen Juan und Tomi Eschke. Das wird richtig, richtig gut. Mach so weiter, hervorragende Leistung. Wir sind total stolz und ich hoffe, dich bald zu sehen, mit dir zu arbeiten und perfekt. Dankeschön für die Leistung und wir sehen uns bald. In diesem Video bekommst du deshalb kein allgemeines Blablabla auf deinen Monitor, sondern du bekommst die exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, wie auch Andreas Schiffner, noch vor wenigen Wochen, in seine so exzellente Karriere gestartet ist, und wie du es ihm nachmachen kannst. Nehme dir deshalb jetzt die notwendige Zeit, schalte alles Ablenkende ab, rücke noch etwas näher ran, mach es dir bequem, und vor allem, gehe mit Andreas Schiffner, seinen fast schon unglaublich erfolgreichen Weg noch einmal. Wenn du ebenfalls so erfolgreich wie Andreas werden willst, dann brauchst du, die jetzt gleich vorgestellten Schritte, nur eins zu eins kopieren und in die Tat umzusetzen. Konzentriere dich dazu. Jetzt legt Andreas Schiffner nämlich persönlich los. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Also, ihr folgt immer ein bisschen meinem gelben Kreis, hier meiner Maus. Ihr habt von eurem Tippgeber einen Link bekommen, in einer E-Mail, per WhatsApp, per Skype, wie auch immer. Der lautet immer karatbas.com, hier oben seht ihr das Ganze, slash, Fragezeichen, es ist gleich, und dahinter steht der Username. Meiner ist Agaga, ein anderer heißt vielleicht Sonnenschein oder Blütentraum, keine Ahnung. Bitte achtet darauf, dass es auch der Link eures Tippgebers ist. Ich drücke jetzt mal auf Enter und dann landet ihr in einem Anmeldefeld oder besser gesagt auf einer Webseite. Ich lasse es mal ganz bewusst noch laufen. Da seht ihr dann nämlich auch die jeweiligen Produkte, die unter anderem Karatbas anbietet. Im unteren Bereich hier auch ein Video. Ja, und ihr klickt jetzt wo drauf? Da sind die Babybücher auch ganz toll. Hier oben, schaut bitte mal, da ist die Fahne, da kann man die Sprachen einstellen. Hier könnte man sich an- und abmelden. Und hier haben wir den Registrieren-Button, so nenne ich ihn. Und dort klicken wir drauf, um dann uns auszusuchen, ob wir Costumer, also Kunde werden wollen, oder Affiliate. Ich empfehle auf jeden Fall euch alle, auf Affiliate zu klicken, weil sowohl für den Kunden als auch für den Affiliate-Partner ist es kostenfrei. Und der Partner hat deutlich mehr Vorteile, Weiterempfehlungs-Link, Landing-Pages-Theme und vieles Weitere. Okay, ich klicke dort jetzt drauf. Und dann kann man nochmal kontrollieren, ist es der richtige Tippgeber? Das ist seine ID. Und jetzt geben wir einen Username ein. Und da habe ich mich vorbereitet für eine Person, für die ich das jetzt komplett durchführen werde. Auch seine Daten, ist alles erlaubt worden, darf ich nutzen. So, Username haben wir. Sarah mir, Sarah mir. Dann geben wir uns ein Passwort. So, das geben wir dann hier ein. Wir wiederholen das Passwort. Geben die E-Mail-Adresse ein. Wiederholen die E-Mail. Man kann es natürlich auch kopieren, um sie dann nochmal einzufügen. Drücken auf das Häkchen und klicken auf Weiter. Um dann den Vornamen und den Nachnamen einzutragen. Das Geburtsdatum. Monat. Und das Jahr. So, dann die Adresse. Da kommt die Straße rein. Bitte keine Überlaute nutzen, sondern UE zum Beispiel schreiben. Dann suchen wir uns das Land aus. Und der G wie Gustav. Und nehmen wir Germany. Oder Österreich. Oder Schweiz. Wo auch immer du lebst. Dann kommt dort der Ort rein. Das ist hier Burgwedel. Dann haben wir das Bundesland. Das ist Niedersachsen. Und die Postleitzahl. Da haben wir die 30 9 3 8. Und die Telefonnummer. Die plus 4 9 steht schon drin. Also 1 7 6 3 4 4 3 4 2 0 5. So, Häkchen ist drin. Und wir klicken auf Weiter. Gucken nochmal überall drüber, ob alles passt. Und dann sehen wir hier einen Capture-Code. Und den geben wir hier ein. Da haben wir also die Ziffer 4. Ein großes L wie Ludwig. Großes D. Die 8. Und die 6. Und wir klicken auf Registrieren. So, jetzt schauen wir, was passiert. Erfolgreiche Anmeldung. Man hat eine E-Mail bekommen. Und diese E-Mail, die dürfen wir da natürlich bestätigen. So, ihr Lieben. Das ist jetzt ein Gmail-Konto. Welche Adressen nicht gut sind, das ist Hotmail. Ansonsten sollten eigentlich alle funktionieren. Wobei, ich habe heute bei einem Bekannten gehabt. Der hat es gehabt. Da ist es sogar durchgelaufen. Also, Gmail ist natürlich optimal. Web.de, Gmx und wie sie heißen, die funktionieren. Aber bitte achtet drauf. Es kann auch mal passieren, wie beim Gmail, dass Sie im normalen Posteingang reinkommen. Oder auch im Werbebereich. Hier war das zum Beispiel unter Benachrichtigung drin. Hier sehen wir Sie. Klicken wir also auf die E-Mail drauf. Dann öffnet sie sich. Und wir klicken genau auf diesen blauen Link, um unseren Account zu bestätigen. Schaut, hier steht, Ihr Konto wurde verifiziert. Der nächste Schritt ist Anmelden. Hier im oberen Bereich klicken wir dann auf Anmelden. Geben hier unseren Usernamen ein. Das war hier Sarah. Mir. Dann unser Passwort. Und locken uns ein. Ein neues Fenster öffnet sich. Hier, das klicke ich mal weg. Wir setzen das Häkchen. Und jetzt wichtig, aufpassen. Wir klicken, weil hier kann man akzeptieren, geht noch nicht. Auf den blauen Schriftzug, bitte laden Sie sich die Geschäftsbedingungen herunter. Einmal draufklicken, denn dann bekommt ihr automatisch die PDF hier unten, die ihr euch dann herunterladen könnt, speichern oder wie auch immer. Ich drücke sie jetzt weg, weil ich sie schon habe. So, man kann sich aber auch hier herunterscrollen und komplett in Ruhe durchlesen. Wir akzeptieren das Ganze. Hier könnte man noch nachlesen unter Ja, was für E-Mails man bekommen hat. Okay, ich möchte aber wieder auf die Gesamtübersicht gehen und klicke jetzt auf Überspringen. Dann geht das Fenster beiseite. Was ist unser nächster Schritt? Unser erster Schritt überhaupt, hier steht es sehr, sehr schön, Step 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Einfach könnt ihr euch das in Ruhe mal abarbeiten, anschauen. Jetzt geht es erstmal um die ersten zwei wichtigsten Schritte. Step 1 und Step 2. Der erste Schritt sollte immer sein, sich ein Paket auszuwählen. Dort klicke ich jetzt mal drauf. Meine Empfehlung ist, mit so einem Paket sein eigenes Business, sein Unternehmen zu starten. Ist aber derzeit nicht zwingend erforderlich, wenn jemand sagt, ich möchte erstmal nur mit den Coins starten. Aber ich wiederhole mich, macht nicht den Fehler. Viele haben ohne Paket gestartet. Viele haben Coins gekauft. Ich habe Menschen gehabt, bis zu 500.000 Coins. Das wären sehr viele Provisionen gewesen. Durch das Cashgold-Kauf, was ihr in den nächsten Minuten noch miterleben werdet. Ihr habt die freie Wahl. Klickt euch einfach mal durch auf so ein Bild drauf. Dann steht hier genau, was in dem jeweiligen Package drin ist. Und wenn ihr auf View More klickt, dort könnt ihr auch nochmal sehen, was drinsteckt. Und vor allen Dingen, welche Provisionshöhen ihr auch insgesamt bekommt. Okay? So, da haben wir es auch wieder. Und klar, viele starten mit dem Bronze-Paket. 148,75 Euro. Das alles ist dort in dem Paket enthalten. Und unter View More, wie ich schon sagte, wird angezeigt, was für Provision es gibt. Das wäre jetzt die Provision beim Silber. Das verdoppelt sich sozusagen immer im Prinzip. Okay? Das könnt ihr euch aber selbst durchspielen. Weil sonst wird das Video zu lange. Ich glaube sowieso, dass das wahrscheinlich deutlich über eine Stunde wird. Aber diese eine Investition an Zeit solltet ihr euch auf jeden Fall zukommen lassen. Denn mal Hand aufs Herz, wenn es sich auch ausbezahlt, bist du dann nicht bereit, mal ein oder zwei Stunden Zeit zu investieren. Der Deutsche guckt jeden Tag drei bis vier Stunden Fernsehen. Also, lasst uns hier bitte weitermachen. Du klickst hier auf die Sprache. Dann wählst du die jeweilige Sprache aus, die du haben möchtest. Bei der Menge geht nur eins, weil man kann jeweils nur ein Paket haben. Man kann es auch schrittweise upgraden. Und bezahlt auch nur den Zwischenbetrag zwischen den jeweiligen Paketen. Und jetzt kommt der Hammer. Hört bitte gut zu. Abstart deines Bronze-Paketes. Ich habe es vorgemacht. Meine Ex-Lebensgefährtin, die Sandra, hat es nachgemacht. Noch schneller als ich. Auch sie ist mit Bronze gestartet. Wer nämlich Abstart in den darauffolgenden fünf Wochen fünf Personen bringt, die ein Bronze-Paket nehmen, bekommen hier das Silber-Paket im Wert von fast 500 Euro geschenkt. In den Paketen, ja, hier werden ungefähr 75 Prozent des Preises in den Vertrieb ausgeschüttet. Weil wir wollen doch auch Geld verdienen. Und trotzdem sind da sehr hochwertige Materialien dabei. Startest du mit Silber-Paket und ab Start in fünf Wochen, fünf Silber, bekommst du das Gold-Paket im Wert von fast 1200 Euro geschenkt. Ist das verstanden worden? Ich denke, ja. Und noch ein Highlight ist, die ersten sechs Wochen bekommst du nicht nur, wie es hier steht, von 150 Euro 5 Prozent, was ja nur 7,50 Euro wären, sondern 25 Euro für jedes Bronze-Paket. Hier greift ein binärer Plan und ein Unilevel. Aber darüber würde ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das erfährst du in allen in unseren Webinaren und in unseren Workshops. Okay. Also, wir haben jetzt das Bronze ausgewählt. Drücken hier auf die Kasse. Dann steht hier nochmal die Anschrift, wo das hingeliefert werden soll. Dann klicken auf Confirm und jetzt lädt das Ganze hoch. Du drickst auf die drei Häkchen frei. Auf Next. Auf. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt Bonus-Karten einlösen. Bonus-Karten von 100 Euro pro Bonus-Karten. Im Bronze sind es zwei Karten. Hoffentlich sage ich es keine Falsche. Also, plus minus 15 Prozent, sage ich jetzt mal einfach. Im Silber glaube ich drei, im Gold sechs und im Premium sogar zehn Karten. Irgendwie so in dem Bereich, ja. Womit ihr andere Leute dann begeistern könnt. Hier, jetzt ist keine einzulösen. Beim VIP könntest du zum Beispiel eine Bonus-Karte einlösen. 100 Euro einfach mal so geschenkt. So, versand. Dann klickst du wieder auf Next. So, dann suchst du dir aus, wie du bezahlen möchtest. Ob mit Banküberweisung oder mit Kreditkarte, beziehungsweise Sofort-Banking, Debit-Karte oder auch Bitcoin. Häkchen setzen. Und dann klickst du hier unten auf Pay Now. So, dann kommt der Prozess. Um dann das auszusuchen. Wir wollen das Päckchen sozusagen mit der Kreditkarte bezahlen und würden das dann hier eingeben. Aber an der Stelle drücke ich Pause, weil das bekommt jeder selber hin. Daten rein. Hier auf Submit klicken. Und dann springt das zum Kauf weiter. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch gleich. So, liebe zukünftige Karat-Partner, beziehungsweise Karat-Partnerin. Step 1. Schritt 1 ist erledigt. Paket ist gekauft. Du hast dir eins ausgesucht. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Okay. Jetzt kommen wir zu Step 2. Mit der Maus hier drauf. Einmal draufklicken. Jetzt geht es um die KYC-Dokumente hochladen. Und dafür klicken wir hier auf das Feld. Klicken auf den Identifikationsnachweis, Reisepass, Führerschein oder Personalausweis. Klicken auf Durchsuchen. Ich habe das Ganze in den Desktop reingemacht. Kurz mich mal wegmachen hier. So, da ist der Desktop. Da haben wir die Vorderseite vom Torsten. Und klicken auf die ausgewählte Datei hochladen. Hier läuft der Balken. Und schon ist das erledigt. Hier unten schön zu sehen. So, jetzt wollen wir die Rückseite hochladen. Wir bleiben bei Identifikationsnachweis. Ich klicke nochmal zur Sicherheit drauf. Also Identifikationsnachweis durchsuchen. Und jetzt schnappe ich mir auf den Desktop die Rückseite vom Torsten. Doppelklick. Da ist es. Und klicke wieder auf Ausgewählte Datei hochladen. Der Balken, das geht ziemlich schnell. Und ganz wichtig, also Führerschein, Pass oder Personalausweis. Und jetzt ein Adressnachweis. Das heißt Stromrechnung, Telefonrechnung oder Kontoauszug. Das klicke ich jetzt an. Durchsuche wieder das Ganze. Und ich habe hier ein Dokument, welches wir hochladen. Da steht es. Klicke auf Ausgewählte Datei hochladen. Und jetzt sind die drei Dokumente hier. Und wir sehen hier KYC offener Status. Was heißt das? Dass wir jetzt Folgendes tun. Das zeige ich euch. Denn wir haben einen eigenen Support. Ihr findet unter Home. Klickt bitte auf Impressum. Und da habt ihr die gesamten Daten der Firma. Mit allen Einträgen, die man benötigt. Handelsregister, Nachweis, Umsatzsteuer-ID-Nummer. Den Geschäftsführer Harald Seitz. Und hier oben die Straße, Hausnummer, wo das Unternehmen sich befindet. Und hier haben wir die Telefonnummer von Stuttgart. Und was haben wir? Geschäftszeiten. Deutscher Support, Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Und Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Französisch, Spanisch, Spanisch und Italienisch von Montag bis Samstag von 9.00 Uhr. Und dort könnt ihr jetzt anrufen, um euch sofort freischalten zu lassen. Die schauen auf die Dokumente und das würde dann euch grün geschaltet werden. Ich werde das Ganze jetzt mal in Angriff nehmen, dass der ganze Account hier freigeschaltet wird, damit ich euch dann die nächsten Schritte zeigen kann. So ihr Lieben, die Dokumente sind also nun hochgeladen. Jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Zum einen, ich zeigte es schon im Home-Bereich im Impressum. Aber als allererstes empfehle ich jedem, wenn man die KYC freigeschaltet bekommen möchte, sich nochmal Apps zu melden und neu anzumelden, Login. Und das tue ich jetzt mal in dieser Sekunde. Das Fenster poppt öfters auf. Das könnt ihr einfach immer auf Überspringen klicken. Dann seht ihr immer die Gesamtübersicht. Und wie ich schon sagte, hier auf Home, wenn ihr dort drauf klickt, dann kommt ihr zum Support und dem Impressum. Und dort könnte man jetzt, nachdem man die Dokumente hochgeladen hat, genau diese Telefonnummer anrufen in Stuttgart. Hier stehen die Öffnungszeiten. Und dann gebt ihr euren Username durch und dann kontrollieren die das und würden das binnen von wenigen Sekunden freischalten oder einfach abwarten. Innerhalb eines Tages, meistens innerhalb von zwei, drei Stunden, wird das auch freigeschaltet. Nur wer das ganz dringend benötigt, ist das möglich. Und wenn ihr das irgendwie vielleicht mal zu deutscher Zeit oder europäischer Zeit nachts tun solltet, außerhalb der Sprechzeiten, dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen Username, die meisten haben meinen Skype, mir zukommen zu lassen. Ich habe noch die Möglichkeit, zu einem internationalen Support dieses weiterzugeben. Und dann könnt ihr auch direkt freigeschaltet werden. Okay, wir gehen mal in meinen Account und wollen mal schauen, was dann passiert ist. Und dafür klickt man nochmal auf den Step 2. Und da scrollen wir runter und wir sehen, jawohl, hier unten schaut, steht jetzt in grün. K, Y, C ist akzeptiert. Ja, und nun geht es dann mit den nächsten Schritten weiter. So, liebe Partner, Partnerinnen, das seid ihr wahrscheinlich mittlerweile mit irgendeinem unserer vier Startpakete. Für diejenigen, die nur den Coin sich holen, auch in Ordnung. Ihr schaut weiterhin fleißig zu. Und ich wiederhole mich gerne, ja, das wird ein sehr ausführliches Video. Aber in diesem ist alles drin. Und das könnt ihr euch dann gemeinsam mit euren zukünftigen Partner und Kunden anschauen und schrittweise abarbeiten. Dann mal Hand aufs Herz, ich wiederhole mich immer wieder gerne, mal ein oder zwei Stunden Zeit in ein echtes Business zu investieren, macht Sinn. Ich möchte euch etwas zeigen und zwar gehe ich mit der Maus mal hier oben auf die Affiliate-Info-Seite. Da hat uns der Tommy, ist die Nummer 1 in Deutschland, mein persönlicher Sponsor, etwas erstellt, eine Webseite, wo ihr jetzt seht, nochmal das Büro. Ich spreche ein bisschen dazu. Dann seht ihr einen Play-Button, klickt ihr drauf, startet ein Video. Also, hier sind Videos drauf, schriftliche Texte, wo ihr euch das Ganze auch mit Bildern, Text durcharbeiten könnt, alles erlesen, damit ihr einfach das Gefühl bekommt, es mit einer richtigen Unternehmung zu tun zu haben und nicht mit irgendeinem Scam oder irgendeinem Hype, der von heute auf morgen wieder verschwunden ist. Hier seht ihr Karat-Bas-Gold-Produkte, die Sicherheiten, wie das Ganze beschrieben wird. Dann geht es weiter. Hier wird der auf Gold basierende Karat-Gold-Coin erklärt, auch anhand von Videos. Weiter geht es mit den Bonus-Anleitungen, die hier gezeigt werden. Hier unten auch wieder eine Video-Erklärung. Ihr habt hier alle Informationen auf dieser Infoseite, die ihr euch vorstellen könnt. Schaut mal bitte hier unten drauf, wer schon alles über Karat-Bas berichtet hat. Und wenn ihr hier auf dieses goldene Magazin klickt und hier durchblättert euch, ich weiß, es sind circa 30, 40, 50 Seiten, alles über Karat-Bas, wo ihr euch belesen könnt. Denn ihr werdet mit Sicherheit auch im Internet suchen, ob man jetzt etwas Negatives findet. Ja, man findet etwas Negatives, ganz, ganz bestimmt. Ja, wir blättern mal einmal kurz durch, durch die Zeitschrift, weil die können wir uns nehmen. Schaut mal, ich behaupte, das wird eines Tages unsere Weltwährung sein. Dann haben wir unsere Karat-B-App. So, nur mal einmal kurz drauf schauen, damit ihr wirklich ein Gefühl bekommt. Schaut mal, hier ist das Thema, bezahlen wir in Zukunft weltweit mit Gold? Möglich ist es nicht, wa? Genau. Nur mal die Karat-B, auch mit dem Handy von einem Ort zum anderen zu verschieben. Das ist der Herr Harald Satz. So, da ist eine ganze Menge beschrieben. Also diese Broschüre kann ich jedem nur ans Herz legen, sich dieses Mal komplett durchzulesen, sich diese Zeit zu nehmen, anstatt sich von den Nachrichten und dem Fernseher berauschen zu lassen, um lauter negative Dinge zu hören. I'm sorry, aber das muss ich bitte einfach mal so sagen dürfen. Gleich sind wir mit der Broschüre durch, aber ich wollte sie wirklich mal einmal durchblenden, auch in Asien. Ich gehe nochmal zurück. Mittlerweile auch in Asien hat Karat-Bass Fuß gefasst. So, einige Tipps. Ein Pärchen, was sehr erfolgreich bei Karat-Bass mittlerweile ist. Das war 2018 jetzt, im Winter, in Las Vegas, eine ganz große Convention. Karat-Bass Fuß vor Gold in Amerika, also Hauptbusiness. Ihr seht, da oben steht es, über 200.000 Vertriebspartner alleine in Amerika. Okay, so, gleich sind wir mit der Broschüre am Ende. Ihr seht, die schaltet sich immer scharf, wenn man dann die nächste Seite umblättert. Ja, ich glaube, das waren sogar mehr als 50 Seiten gewesen, aber alles gut. Wenn du dir wirklich ein ernsthaftes Business aufbauen möchtest, dann bist du hier wohl tatsächlich goldrichtig. Gut, schalte dich beiseite. So, und gehe wieder zurück auf unseren Karat-Bass Webseite. Weil jetzt wollen wir ja zum nächsten Schritt übergehen. Doch wisst ihr was? Ich habe noch eine Überraschung. Wer jetzt sagt, Andreas, hättest du das nicht ein bisschen kürzer und knapper machen können? Dann sage ich euch, nein. Hast du schon mal das Buch der Bücher gelesen? Das sind 1.600 Seiten. Wenn du jeden Tag drei Kapitel liest, brauchst du ein ganzes Jahr. Und heute habt ihr die Möglichkeit, ein Video von vielleicht 90 Minuten hier dir anzuschauen, was dein Leben komplett ändern kann. Dank Hansi spiele ich dir jetzt ein Video rein, welches fünf Minuten geht, wo er das mal mit Animation, Zeichentrickfiguren sehr gut darstellt. Und danach gehen wir dann über, wie wir uns bei Karat-P und beim Karat-Goldcoin anmelden, wie wir dann das Cashgold kaufen und das Cashgold in den Karat-Goldcoin umwandeln. Okay, super, so machen wir das. Das professionelle, weit in die Zukunft gerichtete Konzept von Karat-Bars, lässt Kunden und Partner Herzen höher schlagen und macht den Karat-Goldcoin zum weltweit heiß begehrten Krypto-Giganten. Hallo, und herzlich willkommen bei Karat-Bars, und dem Karat-Goldcoin. Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, wir freuen uns darüber, dass du dieses Video gefunden hast und als Kunde oder Partner bei Karat-Bars starten willst. Mit den zahlreichen Vorteilen des Unternehmens und mit unserer Hilfe und Unterstützung, wird es dir bestimmt gelingen, so ganz nebenbei, ein solides Einkommen aufzubauen und damit wichtige, aber vor allem absolut richtige Schritte, auf deinem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu gehen. Wir helfen dir dabei, dass es dir sofort gelingt, einen raketenähnlichen, aber vor allem erfolgreichen und höchst gewinnbringenden Start bei Karat-Bars und Karat-Gold hinzulegen. Damit du das auch wirklich schaffst, haben wir in diesem Video die wichtigsten Tatsachen, Fakten und Hintergründe zu Karat-Gold für dich zusammengetragen. Insbesondere bekommst du wichtige Informationen und erfährst, wie du noch heute, in herausragender Weise, vom ersten Coin profitieren kannst, welcher mit physisch hinterlegtem Gold verbunden ist. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn dort bekommst du alle Informationen dazu, wie du mit ein klein wenig Mühe, gleich mehrfachen persönlichen Nutzen aus Karat-Bars und dem Karat-Gold-Coin ziehen kannst. Klappe, die erste, jetzt starte ich die extrem wichtigen und spannenden Karat-Gold-Coin-Infos für dich. Deine einmalige und sensationelle Gelegenheit, die Strategie von Karat-Gold. Bitcoin ist mehr als nur ein anonymes Zahlungsmittel. Sein enormer Wert hat dazu geführt, dass die Coins als digitales Gold der Neuzeit bezeichnet werden. Während die Coins erst vor kurzem die Welt revolutioniert haben, wird dagegen physisches Gold als Zahlungsmittel seit über 4000 Jahren verwendet. Da es auf globaler Ebene vertraut und in der Quantität begrenzt ist sowie einen stabilen Wert hat. Erlebe jetzt, was passiert, wenn man diese enormen Vorteile miteinander kombiniert, Erlaube mir bitte, dass ich dir jetzt den Karat-Gold-Coin vorstelle. Karat-Gold-Coin ist die erste Coin, die mit physisch hinterlegtem Gold verbunden ist. Jeder Coin repräsentiert eine bestimmte Menge Gold, die jederzeit gehandelt werden kann. Die Sicherheit ist einzigartig in der Kryptowelt und zieht aktuell eine riesige Menge von Käufern an. Karat-Gold-Coin hat eine Kooperation mit Karat-Bars, die weltweit bereits eine Community von über 480.000 Gold-Käufern hat. Das global expandierende Netzwerk von Karat-Bars Accepting Points vereinfacht die Einführung von Karat-Gold-Coins. Jedes Unternehmen, das Karat-Bars akzeptiert, wird auch in Zukunft Karat-Gold-Coins akzeptieren. Aus diesem Grund kann eine schnelle Marktkapitalisierung zügig realisiert werden. Du wirst es sicherlich schon längst erkannt haben, wenn du mit dem Karat-Gold-Coin ordentlich verdienen und deinen Weg in eine finanziell gesicherte Zukunft gehen willst, dann bist du hier, heute und jetzt, genau zur richtigen Zeit, am exakt richtigen Ort. Du bekommst nämlich in wenigen Sekunden die einmalige und exklusive Möglichkeit, den Karat-Gold-Coin noch zu den zeitlich begrenzten, besonders günstigen Einstiegsbedingungen erwerben zu können. Dafür musst du nichts weiter tun, als dich völlig kostenfrei und unverbindlich bei Karat-Bars zu registrieren. Damit dir dabei kein Fehler unterläuft, haben wir für dich ein Schritt-für-Schritt-Video erstellt. Den Link für dieses Anleitungsvideo findest du neben dem Registrierungslink in der Videobeschreibung, direkt unter diesem Video. Wenn du, sowie bereits über 500.000 Kunden und Partner weltweit vor dir, ebenfalls vom Megatrend Kryptowährungen und dem uralten Vertrauen der Menschen in Gold profitieren und den Karat-Gold-Coin zu besonders günstigen Einstiegsbedingungen erwerben willst, dann musst du spätestens jetzt aber wirklich in die Gänge kommen. Worauf wartest du eigentlich noch? Registriere dich jetzt, völlig unverbindlich und zu 100% kostenfrei. Klicke dazu auf den Registrierungslink in der Videobeschreibung und schau dir das Anleitungsvideo an. Wir wünschen dir mit Karat-Bars vieler Freude und jede Menge Spaß sowie den größtmöglichen Erfolg, und für immer und ewig, die höchstmöglichen Gewinne mit dem Karat-Gold-Coin. Handle clever und mit besonderer Weitsicht, registriere dich jetzt! So ihr Lieben, weiter geht's mit der Erklärung Schritt für Schritt. Wir haben folgende Schritte durchgeführt. Wir haben uns angemeldet. Wir haben unser Paket gekauft. Wir haben Step 2 durchgeführt, nämlich unsere Dokumente hochgeladen. Wir haben zwischendurch die Videos gesehen. Ich habe euch ein bisschen was zu Karat-Bars und zum Karat-Gold-Coin mitgeteilt. Und jetzt gehen wir über und werden unser Bezahlsystem Karat-P uns dort registrieren. Wir gehen also mit unserer Maus auf Karat-P und da öffnet sich ein Pop-up-Fenster, Register Karat-P, wo wir draufklicken. Dann schauen wir nochmal drüber, weil automatisch dieses Feld schon ausgefüllt ist. Wir schauen nochmal überall drüber. Passt! Wunderbar! Dann klicken wir bei Yes, setzen unser Häkchen, klicken auf Register. Dann geht gleich ein neues Fenster auf, wo es dann heißt, ihr habt eine E-Mail bekommen. Und ich markiere mal folgende Zahl, nämlich, die notiert ihr euch am besten, schreibt sie auf einen Zettel. Das ist die Wallet-Nummer, in diesem Fall die 43040. Ihr könnt sie auch schon mal mit der rechten Maus kopieren, weil wir sie demnächst einführen dürfen. Denn was steht hier? Du hast eine E-Mail bekommen. So, ihr Lieben, ich befinde mich im E-Mail-Account und hier an der Stelle sei noch gesagt, bitte nicht Hotmail nutzen. Ich weiß, das hätte ich schon am Anfang sagen sollen. Das ist für euch jetzt da, wenn ihr das weitergeht an eure Freunde, Kollegen oder auch Verwandte. Und es gibt natürlich über den sogenannten Spam-Ordner, Werbe-Ordner und der ganz normale Posteingang. Und so seht ihr hier oben, eine Benachrichtigung, neue Support Karate. Dort drücke ich jetzt drauf, klicke, da ist sie auch schon. Jawohl, einmal draufgeklickt. Und dann sehen wir, dass wir eine Nachricht bekommen haben. Und hier steht nochmal die 43040. Wir klicken unter Visit auf diesen Link drauf. Und das führe ich genau in diesem Moment durch. Ihr seht, es öffnet sich ein Fenster. Dort tragt ihr dann bitte eure E-Mail-Adresse ein, was ich jetzt durchführe. Und hier kopiert ihr dann die fünfstellige Dicket of Wallet Nummer ein. Klickt auf Register. Oh, da scheint ich etwas verkehrt gemacht zu haben. Das kann passieren. Nochmal. Die Nummer rein. Und auf Register. Super. Jetzt seht ihr, hat es auch funktioniert. Ich hatte mich einfach nur vertan gehabt. Auch das ist natürlich menschlich. Dann nochmal diesen Vorgang wiederholen. Ihr bekommt erneut eine E-Mail. Hier steht das Ganze, dass wir wieder eine E-Mail erhalten haben. So, und dies ist nun die zweite E-Mail von KaratPay. Ihr seht es wieder sehr schön hier oben in mein Benachrichtigungsfeld eingegangen. Wir klicken dort drauf und sehen jetzt, aha, die Wallet-Registrations-E-Mail. Ich klicke drauf, damit ihr auch seht, wie die ausschaut. Und hier gibt es einen kodierten, sehr langen, ich sage mal blauen Link dazu. Und da brauchen wir nur drauf zu klicken. Und es öffnet sich natürlich unser KaratPay-Portal. Und wir geben nochmal unsere fünfstellige Ziffernfolge ein. In meinem Fall war das die 43040. Klicken auf Continue. Es öffnet sich ein neues Fenster. Und dort schaut ihr drüber. Auch da die Daten. Das passt alles bis hier auf Country United States. Dort geht ihr unter G für Germany dann rein. Oder halt Schweiz, Österreich, wo auch immer du lebst. In diesem Fall ist das Germany. Die Telefonnummer, die bleibt drin. So, hier geben wir uns dann wieder ein Passwort. E-Mail stimmt alles. Einmal und bitte bestätigen das Passwort. So, dann einen vierstelligen PIN. Wie bei der Kreditkarte ist es eine Bezahloption. Also einen vierstelligen Ziffern-PIN bitte hier eingeben. Den wiederholen wir. Und dann haben wir noch zwei Sicherheitsfragen hier zu beantworten. Die sind auf Englisch. Die oberste. Das ist, da geht es um den ersten Job. Tragen wir mal ein. Koch ist unser Thorsten. Und hier nehmen wir die Frage 2. Den Mädchennamen von der Mama. Und da haben wir die Anna Lore. Klicken auf Register User. Und sehen, was jetzt geschieht. Großartig. Wir dürfen uns einloggen. Satzschutzfully heißt eben, dass alles erledigt ist. Ich klicke auf Login. Trage hier die E-Mail ein. Dann jetzt das vergebene Passwort. Nicht mehr den fünfstelligen PIN, sondern jetzt das Passwort, was wir uns vergeben haben. Und locken uns ein. Voila. Ihr habt gerade gesehen, manchmal vertippst man sich auch nicht gleich verrückt werden, wenn da ein roter Schrift zukommt. Nochmal die E-Mail rein. Das Passwort. Und das ist jetzt euer, hier oben steht es, KaratePayMyAccount. Hier oben alles sehr schön zu erkennen. Einloggen, ausloggen. Das kann man natürlich auch hier unten tun. Wichtig ist jetzt folgendes. Schaut mal, hier steht Ballons. Ihr seht hier euer Wallet. Da haben wir nochmal die fünfstelligen Nummer hinten. 43040 war das gewesen bei mir vorhin, was wir da eingegeben haben. Und dieser Bereich 0.000 Univill. Univill ist die Einheit, die Währungssprache, um mal so zu sagen, hier beim KaratePay. Und jetzt geht es dann gleich mit dem nächsten Schritt weiter. Ich sage mal, lasst alle Fenster auf von KarateBars, KaratePay. Und wir werden uns gleich noch anmelden beim KarateGoldcoin. Und die Fenster immer öffnen, geöffnet lassen, um schön durcharbeiten zu können. So, ihr Lieben, weiter geht's mit der dritten Anmeldung sozusagen. Also, wenn ihr diese Schritt-für-Schritt-Anleitung genau so weitergebt und wirklich Schritt für Schritt immer Pause, Start drückt, nach jeder Aktion, die ich euch mitgeteilt habe, ist auch das ein Kinderspiel umzusetzen. Es braucht seine Zeit, aber alles gut. Hier oben sehen wir einen Link. Ich werde ganz zum Schluss euch die wichtigsten Link noch mal zeigen, welche ihr euch dann irgendwo aufschreibt oder als Lesezeichen setzt, wie auch immer. Hier geht's jetzt. Der heißt karatbank-affiliate.io slash Fragezeichen REF ist gleich 6, dreimal die 9. Das ist dann die vierstellige Ziffer dort hinten, die ID. Da musst du dann natürlich deine ID eintragen. Wo du die findest, das werde ich dir ganz zum Schluss alles noch zeigen und erklären. Okay, wir drücken also Enter, denn wir wollen uns jetzt genau dort anmelden. So kommt ihr auf die Seite. Auch hier werden noch Provisionen gezahlt, genauso wie bei dem Bronze-Paket, was wir schon käuflich erworben haben. Denn hier gibt es, hier seht ihr es sehr, sehr schön, über 5 Level auch nochmal Coins. 7%, 5, 3, 2, 1. Wenn ich euch zeige, was ich schon mir erarbeiten durfte durch meinen Fleiß und du wirst genau so einen Fleiß am Tag legen, das ist einfach gigantisch, was hier endlich für dich in finanzieller Hinsicht entstehen kann. So, wir klicken natürlich auf Affiliate-Registration, entweder hier oben oder hier auf dem Button und es öffnet sich ein Fenster, wo wir natürlich unsere Daten wieder eintragen. Vorname, Nachname, die E-Mail-Adresse. Ihr dürft auch, wenn ihr das möchtet, überall das gleiche Passwort nehmen. Das entscheidet natürlich jeder von euch selbst. Website ist optional, braucht nichts rein. In der Adressline 1 kommt dann Straße und Hausnummer rein. So, bald kommt auch der ganz, ganz freudige Moment für euch alle am Schluss. Da sind immer alle richtig glücklich und können kaum fassen, was sie hier erleben dürfen. Burg Wedel ist der Ort. Postleitzahl ZIP 30938. Dann haben wir das Land, das schreiben wir hier mit der Tastatur ein. So, und Telefonnummer ist hier optional, braucht ihr gar nicht. Hier geben wir wieder das Passwort ein. Wiederholen das Passwort natürlich. Und klicken auf Register. So, dann kommt schon die Einlog-Option, wo dann die E-Mail reinkommt. At gmail.com Das Passwort. Voila, wir locken uns ein und sehen ein neues Fenster. Wow. Und hier sehen wir jetzt zweimal Invest Now. Wir klicken. Hier oben könnt ihr mal sehen, ist dann der Name dementsprechend drin, dass auch der richtige Affiliate ist. Und schaut mal hier unten. Das hier ist schon mal für den Coin Kauf dein jeweiliger Ref Link. Okay. Aber wie gesagt, ganz am Schluss gebe ich euch nochmal zusammenfassend alle wichtigsten Links, die ihr benötigt. Wir klicken jetzt auf Invest Now, auf den roten oder den blauen Button bei Tokens Now. Ihr seht, wird sogar angezeigt, hier wenn man einer wieder Tokens oder Coins gekauft hat. Und da wir das zum ersten Mal jetzt durchführen, muss ich hier rechts die Registrierung vonstatten ziehen. Dort kommt die E-Mail rein. Das Passwort. Wir wiederholen das Passwort. Hier drüben Registrierung, Anmeldung. Anmeldung ist, sobald wir dieses alles einmal durchgearbeitet haben, was ich euch jetzt sehr fokussiert mitteile. Also, wir sind immer noch im Registrierungsprozess, setzen hier die drei Häkchen und klicken auf die Registrierung. Jetzt kommen wir auf eine neue Seite. Aufgepasst. Super. Denn hier werden die Coins nachher gekauft. Wenn man jetzt sucht, wo, wo, wo kann man das machen? Wir haben schon wieder etwas zu bestätigen. Nämlich hier oben flackern zwei rote Pünktchen. Geben Sie die Wallet-Adresse ein. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Heute geht es nur darum, du bestätigst die E-Mail und klickst dementsprechend hier drauf. So, jetzt geht hier ein Fenster auf. Brief erneut senden. Noch nicht. Wir schauen erstmal nämlich in unserem Account, weil wir haben eine E-Mail bekommen. So, da bin ich wieder im E-Mail-Postfach. Ich weiß nicht, wenn du ein Gmail hast, wirst du wahrscheinlich sehen, ja, so sieht es bei dir auch aus. Wenn ein anderes, dann schaust du, wo bei dir die Nachrichten ankommen. Ich gehe auf Benachrichten, ihr seht, wow, eine Menge E-Mails gekommen vom Support KaratPay, wo nochmal die Bestätigung angezeigt wurde. Dann haben wir eine E-Mail von Herrn Seitz persönlich bekommen hier oben. Okay, kann man es auch durchlesen. Mit White Paper und allem drum und dran. Das ist absolut sicher erstellt hier. Und wir brauchen jetzt Karat Gold Coin und zwar nicht die Willkommen. Da können wir auch mal draufklicken, uns angucken, was da gekommen ist. Ja, der größte Teil ist in Englisch. Alles gut. Darum sind wir ja auch in Deutsch hier. Und man ist gerade am Erstellen, dass auch alles komplett in Deutsch kommt. In den nächsten Wochen werden wir eine App bekommen für unsere Handy mit Push-Nachrichten. Ein duplizierbar, viel leichteres System. Lasst euch bitte überraschen. Die E-Mail, wo hier steht Confirm E-Mail, da klickt ihr bitte drauf. Und da kommt ein dicker, fetter Button Confirm. Und auf diesen Confirm Button klicken wir dann eben entsprechend drauf. Und werden jetzt weitergeleitet auf unsere Seiten. Ihr seht es schon. Jetzt ist da etwas hinzugekommen. Dann wenn ich nochmal hier hinschaue, als wir die E-Mail angefordert haben, so ist jetzt Zahlungsart und der sogenannte Betrag, den wir investieren wollen. Und damit starten wir aber erst, nachdem wir Cashgold gekauft haben, das Cashgold in Univills über unser KaratP aufgeladen haben. Und dann werden wir hier den Rest durchführen. Also folgt meinen Anweisungen bitte. So, weiter geht's mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier oben seht ihr noch die wichtigsten Reiter. Ich fange mal von rechts an. Das KaratP-Portal. Dann meine Investition. Das ist der KaratGoldcoin, das Portal, wo wir unsere Coins kaufen. Das war unser Affiliate-Programm. Hier unten der Affiliate-Link. Und KaratBars klicken wir mal auf Übersicht drauf. Das ist im Prinzip immer die Grundseite. Was müssen wir jetzt tun? Wir werden uns jetzt Cashgold kaufen. Dafür fährst du mit deiner Maus auf Produktkauf. Ihr seht, es geht ein großes Pop-up-Fenster auf. Klickt, oder besser gesagt, fahrt auf Cashgold. Jetzt möchte ich euch etwas zeigen, was wir gestern auch noch einprogrammiert haben. Hier rechts sehen wir zwei weitere Pop-up-Fenster. Und KaratP-Cashgold, das werden wir gleich kaufen. Doch zuvor möchte ich euch etwas zeigen, was viele, viele sich unbedingt zukommen lassen möchten. Ich sage immer, unser zukünftiges Geld. Schaut mal, da könnt ihr euch nämlich das sogenannte KaratBars Cashgold wird ihr Leben verändern. Das Ganze ist die First Selection. Das ist ein Bild, da klicke ich mal drauf, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Das ist kein Booklet, das ist ein Booklet, ein hochwertiges Kartönchen, sage ich mal, mit einer dementsprechenden Broschüre. Und diese Geldscheine, die ihr hier seht, das sind die vier Varianten, die KaratBars uns zukommen lässt. 0,1 Gramm Gold, derzeit genau 6 Euro wert. 0,2, also wäre dieser Schein wie viel wert? Richtig, 12 Euro. 0,4, also 24 Euro. Und 0,6 Gramm Schein, der hat dann einen Wert von 36 Euro. Wir addieren mal, 36 plus 24 sind 36, 56 und 4, 60. Plus 10 und 2 sind 72 und die 6 sind 78. Okay, jetzt könnt ihr vielleicht sagen, warum kostet es 99,17 Euro? Weil wir auch noch ein Business dahinter haben, weil auch Provisionen gezahlt werden. Und da habt ihr auch schon die Antwort, weil viele vergleichen, ja, Gold kriege ich woanders, das Gramm für 43 Euro. Bei euch kostet es 59 Euro oder 60 oder 58. Warum ist das so? Wegen dem Business, wegen der Hochwertigkeit, wegen der Sicherheit und viele, viele weitere Faktoren. Gut, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Jetzt wollen wir aber unsere Coin kaufen. Wir fahren mit der Maus auf Produktkauf, auf Cashgold, Pop-Up-Fenster geht hier rechts auf und klicken auf Karat P Cashgold. Und der Thorsten ist jemand, der zur Zeit nur ein ganz kleines Investment tätigen kann. Jetzt hört gut zu. Ab sage und schreibe nur, ihr seht es, 0,1 Gramm kosten 6 Euro. Ab 12 Euro, also auch diejenigen, die ganz, 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 ganz wenig Geld nur haben, könnten sich hier die Coins holen. Und nachher zum Schluss, wenn wir das Cashgold ins Gold-Coin, Karat-Gold-Coin umwandeln, werde ich euch sagen, ah, wie viel ihr ein Stückzahl bekommt und was ein Coint wert sein soll in naher Zukunft. Ich sage es an der Stelle schon mal und halte ihn noch mal drein, weil ich habe ihn ja hier, den 0,1 Gramm Cashgold. Jeder einzelne Karat-Gold-Coin soll genau den Wert von einem solchen Cashgold-Schein schaffen, sprich 6 Euro. Wir bekommen diesen Coin zur Zeit für einen einzigen Cent und das auch noch plus Bonus, aber dazu später mehr. Was tun wir? Okay, wir sagen also, 12 Euro hat der Thorsten auszugeben, rein in den Warenkorb und hier rechts wird er auch schon angezeigt. Wir klicken auf Warenkorb ansehen. Wir klicken dann auf Weiter. So, dann setzen wir unsere Zustimmungshäkchen dementsprechend und klicken hier unten auf Next. Wir klicken auf Next und falls du dich jetzt fragst, oh, eine Bonuskarte, kann ich hier noch was Rabatt kriegen? Nicht bei diesen Produkten, aber ja, in jedem Paket befinden sich Bonuskarten. Ich möchte mit der Zahl jetzt nicht festlegen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, zwei Bonuskarten a 100 Euro wert schon im Bronze-Paket. Vier oder fünf im Silber, sechs, sieben, acht im Gold und ich glaube, zehn Bonuskarten im VIP. Jede Bonuskarte ein Wert von 100 Euro und viele, viele andere Optionen. Also hier hat man wirklich an sehr, sehr viele Dinge insgesamt gedacht. Und an der Stelle sei noch eins zu den Paketen gesagt. Wenn jemand sich das Startpaket in Bronze für 150 Euro nicht leisten kann, gibt es sogar die Option, sich das zu erarbeiten, indem man drei hochwertige solche Goldkarten, aber das in unseren Webinaren und Workshops etwas ausführlicher, drei so eine Kärtchen, die um die 100 Euro kosten, verkauft. Jemand, der es gerne haben möchte, schaffst du das? Kriegst du das Bronze-Paket geschenkt? Okay, weiter geht's. Wir klicken auf Next. Das Ganze bleibt in der Lagerung. Wir klicken auf Next, suchen uns jetzt die Option aus, wie wir zahlen möchten. Ich empfehle, damit man es sofort durchführen kann mit Kreditkarte, Debitkarte, Bitcoin oder mit Sofortüberweisung. Setzt hier sein Häkchen, klickt auf PNOW und dann werden wir weitergeleitet und klicken dann hier das an, was wir zahlen möchten. Entweder Bitcoin, Sofortbanking oder Kreditkarte. Ich jetzt in diesem Fall werde mit der Kreditkarte bezahlen, doch ich denke, dass das für uns alle in Ordnung geht, dass ich jetzt eine Pause drücke und nicht zeige, wie ich Kartennummer hier eingebe. Das sollte für jeden selbst erklärend sein, genauso wenn er es via Sofortbanking zahlt. Ich führe den Zahlprozess durch und bin dann da, um euch weiter zu zeigen, was wir hier Schritt für Schritt abarbeiten werden. So, ihr könnt euch noch an das Fenster erinnern, was ich gerade mit der Kreditkartenzahlung gezeigt habe. Mittlerweile auch super sicher, weil man wird weitergeleitet, man bekommt dann so ein Passwort zugesendet. Das seht ihr auch hier sehr, sehr schön. Ihr seht, hier wird nur das Ende angezeigt und wann und welcher Betrag. Und dort gebe ich jetzt die Zahl ein, die könnt ihr ruhig sehen, weil die ist sowieso jedes Mal anders. So, W, Q und ein A. Klicken dann auf Absenden, ich weiß nicht, was du für eine Zahloption hast, nur, dass du das auch einfach mal gesehen hast. Ihr seht, dann fährt das Ganze fort, lassen das mal automatisch arbeiten. Und gleich, glaube ich, geht ein Thank You auf. Genau, hier steht es. Vielen Dank für den Einkauf. Wir klicken auf Back to the Shop oder er macht das, wie gesagt, ganz alleine, wie in diesem Fall. Hier könnt ihr mal kurz draufklicken und würdet eure Rechnungen dort wiederfinden. Wir haben jetzt also Cashgold gekauft. Man findet das auch unter Mein Gold und der Zahlungsübersicht. Da werden die Rechnungen angezeigt. Mein Gold, Zahlungsübersicht. Also in diesem Web-Office wird alles angezeigt. Zum Schluss, vielleicht gehe ich da mal ganz kurz drauf ein. Oder an dieser Stelle mal ganz, ganz kurz hier bei der Übersicht. Das ist meine größte Empfehlung an euch. Geht dort bitte mal auf Downloads. Ich glaube, ich habe euch das schon gezeigt gehabt. Ich weiß es gar nicht genau. Hier wird alles nochmal angezeigt an PDF, an Videos. Ja, dort könnt ihr euch alles zukommen lassen. Da wir jetzt den Cashgold eingekauft haben, müssen wir unser Karate P-Wallet auffüllen. Wir gehen mit der Maus auf Karate P und ihr seht, da öffnen sich diese Pop-Up Fenster und hier heißt es E-Wallet aufladen. Bitte da klicken wir jetzt drauf und werden gleich sehen, dass sich dort, okay, ihr Cashgold 0,2 Gramm. Natürlich haben wir auch Menschen, die haben 1.000 oder 5.000 oder 300 eingezahlt. Das liegt in deiner Gewalt allein. Du wirst den ganzen Schluss sehen, wie viele Coins es für 12 Euro gibt, wie viele Coins es ungefähr für 100 Euro gibt oder auch für 500 oder für 1.000 Euro. Ich werde euch das nachher gleich zeigen. Was ist jetzt wichtig zu tun? Hier in diesem freien Feld gebt ihr, hier steht es maximal 0,2. 0,2 eingeben. Das, was ihr hier rechts seht, also wenn bei dir 170 steht, dann gebt ihr 170.0 ein. Also auch solche Fälle habe ich schon gehabt. Dann klicken wir auf Abschicken. Und dann werdet ihr die nächste Mitteilung bekommen. Super, das hat hervorragend funktioniert, erledigt. Ja, und jetzt kommen wir schon zu dem Moment, wo es richtig anfängt, Freude zu bereiten. Wir gehen jetzt hier oben. Ich habe extra die Karteilkarte aufgelassen. Das ist also meine Investition, steht dort. Das ist das Karat Gold Coin Konto. Ja, jetzt seht ihr das Ganze. Ich schiebe mich mal hier drüben hin. Okay, und was machen wir jetzt? Hier seht ihr, jetzt investieren. Die Zahlungsart. Und ja, das wäre auch mit Bitcoins möglich. Selbstverständlich. Auch mit Ethereum. Aber wir haben Cash Gold gekauft, weil wir wollen ja durch das Cash Gold diese fantastischen Bonus auch noch haben. So klicken wir hier unten auf Karat Pay Wire Transfer. Das fügt sich dann hier fest ein. So, jetzt habe ich euch was versprochen. Bevor ich das als Zahl definiere, was wir für den Thorsten gleich an Coins kaufen werden, zeige ich euch mal bei 100 Euro, wie viel Coins es geben würde. 1.488 Coins. Jetzt dürft ihr aber eins nicht vergessen. Und da wundern sich immer sehr, sehr viele. Wie geht das, Andreas? Ich habe doch nur 100 Euro bezahlt. Und jetzt darf ich hier über 700 zum Beispiel eingeben. Absolut korrekt. Also bei 100 Euro bekommt man ungefähr, weil ich die Zahl noch einigermaßen im Kopf habe, in etwa. Ja, 11, 12. Ich glaube, es sind sogar um die 15.000 Coins. Warum? Ich weiß, jetzt seid ihr ein bisschen irritiert. Was macht der Andreas da? Hier unten seht ihr, dass ein Coin, Karat Bank Coin Preis normalerweise wie viel Cent kostet? Richtig. 7 Euro Cent oder 8 Dollar Cent. Das ist der Vorteil, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Nutzt die Gelegenheit. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch einen sogenannten Bonus oben drauf. Was tun wir jetzt? Ich möchte euch nochmal etwas zeigen, bevor wir das hier ausführen. Und zwar in unserem Karat P Portal. Ich schiebe mich wieder ein Stückchen weg. Seht ihr hier die 0.0 Univils? Jetzt, wir locken uns mal einmal aus und locken uns dann wieder neu ein. At gmail.com Geben das Passwort ein, was du dir natürlich gegeben hast, ganz klar. Ja, und da wo eben noch blau 0.0 stand, stehen jetzt bei 0,2 Gramm Gold 2.000. Ja, 0,2 Gramm Gold entsprechend 2.000 Univils. Hättest du 1 Gramm Gold gekauft, würde dort 10.000 stehen. Hättest du 10 Gramm Gold gekauft, ihr wisst, 1 Gramm 60 Euro, 10 Gramm Gold 600 Euro. Nur dann hätte dort 100.000 Univils gestanden. Wir in diesem Fall haben jetzt also 2.0. Wir gehen wieder auf unseren Investitionsreiter. Und ich gebe jetzt hier mal 80 ein. Und immer wenn ich eine Zahl eingebe, dann seht ihr hier unten With Carat Pay, you need to pay 1.66. Verstanden? Okay, ich habe aber 2.00. Super. Also kann ich einen höheren Wert eingeben. Ich gebe mal 99 ein. Das ist ein bisschen zu viel. 2.06. Also mache ich aus der 9 eine 8. Das wird auch noch zu viel sein. Ich mache mal eine 4. 94, da bin ich schon. 1.95. Wir geben mal eine 5 ein. 1.979. Und wenn ich eine 6 eingebe, springen wir wahrscheinlich über die. Nee, das sind genau 2 Univils. 96 Euro. Ihr könnt euch noch erinnern, der Thorsten hat nur 12 Euro bezahlt. Für 1.428 Karat Bank. Das wird bald umgeändert. Wir dürfen nicht mehr Bank heißen, sondern Gold auf Karat Gold Coin. Das ist mehr als das 7-fache. Ich glaube fast das 8-fache. 96 durch 12 könnt ihr mal schnell euch den Taschenrechner schnappen. Ja, so schaut das aus. Und die wollen wir uns jetzt natürlich käuflich erwerben. Und dafür, schaut mal bitte. Ich weiß es kaum zu erkennen. Neben dem, ich gebe meine Zustimmung, ist hier ein graues Kästchen. Wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, seht ihr auch, wird die Maus zu einer Hand. Dort klickt ihr bitte rein. Das grüne Häkchen muss gesetzt werden. Und dann klickt ihr auf den blauen Button. Erwerben 1428 Kreuz. Ich klicke jetzt mal drauf, ihr Lieben. So, und das ist mein Lieblingsspruch. Bitte klicken Sie jetzt den goldenen Button. Bezahlen Sie durch Karat Pay. Dort drücken wir drauf. Wir locken uns nämlich jetzt, werden wir ja weitergeleitet, auf unser Zahlsystem von Karat Pay. Ja, spätestens jetzt habt ihr wahrscheinlich alle extremstens gute Laune, diesen fantastischen Tipp bekommen zu haben. Process Payment. Tja, voila. Bitte nichts tun, wenn dieses Fenster aufgeht. Da oben ist ein Countdown, der zählt rückwärts. 15 Sekunden. Bitte einfach die Hände von der Tastatur weg, damit der Prozess durchgeführt werden kann. Weil jetzt werden gleich in deinem Karat Gold Coin Account deine Coins angezeigt. Hier seht ihr sie. Es sind genau 1500 Tokens, beziehungsweise Karat Gold Coins, die der Thorsten jetzt für 12 Euro erhalten hat. Und ihr erinnert euch, die Aussicht ist, dass ein Token, ein Coin, 6 Euro bald entsprechen werden. Das wären dann 1500 mal 6, richtig, 9000 Euro für 12. Ich weiß, jetzt werden alle sagen, wie soll das gehen. Könnt ihr euch noch erinnern? Die erste Pizza bei Bitcoin, die hat 5000 Bitcoins gekostet. Viele können sich noch erinnern, als der Bitcoin für 8 Dollar Cent zu haben waren. Der ist hochgegangen, das Maximum, glaube ich, waren an die 20.000 Dollar wert gewesen. Also möglich, ihr Lieben, ist alles. Und Hand aufs Herz, selbst wenn dieser Coin nur 1 Euro erreicht, dann hätte der Thorsten aus 12 Euro Investment 1500 Euro. Ich glaube, nicht schlecht. Ich sage aber an der Stelle noch eines zu euch, ihr Lieben. Bitte werdet nicht gierig. Übertreibt es nicht mit eurem Investment. Das ist meine persönliche Aussage. Andererseits liegt das in jedem seiner eigenen Hand. Ja, natürlich, ich kenne auch eine Person live in Stuttgart kennengelernt. Nein, ich nenne keinen Namen, mache ich doch nicht. Der hat 100.000 Euro investiert. Alles gut, das darf jeder tun und lassen, wie er möchte. Und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Für diejenigen, die etwas mehr investieren, die haben auch noch die Möglichkeit, einen Nachschlag sich zu holen. Und zwar werde ich euch das folgendermaßen zeigen. Wenn ich statt 2 Gramm oder statt 2 Univils, 20 Univils gehabt hätte, ich lecke mich mal nochmal im Karat-P-Konto ein und aus. Wie gesagt, ihr könnt nichts kaputt machen. Ihr könnt genauso umherdrücken, so wie ich das hier gerade durchführe. Weil ihr werdet gleich etwas sehen. Wir haben ja eigentlich genau 2 Univils gerade ausgegeben. Richtig? Richtig. Nur was werden wir gleich entdecken? Wir werden entdecken, in dem blauen Schriftzug-Bereich, oh, ich habe mich vertippt, kann alles mal passieren. Ach, kein Problem. Bam, 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 bam. Oh, jetzt habe ich mich sicher. At. Univils.com. Hier das Passwort rein. Login. So, und jetzt passt auf. Schaut mal. Hier stehen 0.286 Univils noch. Die könnte man einlösen. Nur, man muss mindestens 1000 Coins holen. Deswegen geht das nicht. Aber ihr seht, dass das ungefähr etwas mehr als 10% sind, die nochmal gut geschrieben wurden. Also, hättest du 20 Univils, also 2 Gramm Gold gekauft und nicht 0,2, 2 Gramm Gold kosten 120 Euro, dann hättest du ja deutlich mehr Coins schon mal bekommen und hättest dann nochmal 2.860 nachkaufen können. Also, zu den einmal gekauften Coins hättest du dann nochmal einen Nachschlag von ungefähr 1.600, 1.700 Coins nochmal oben drauf bekommen. Ihr Lieben, ich bin fertig. Ja, so schwer war das doch gar nicht. Im Gegenteil, ich finde, das macht Spaß, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Vielen durfte ich helfen. Dankeschön für euer Vertrauen. Und jetzt heißt es nur ganz fest daran glauben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Vision, die in einem Mission schon übergangen ist von Herrn Harald Konstantin Seitz, ihr seht auch das Buch hier hinter, wo zu stehen, oh, jetzt fällt es hier fast alles um, alles gut, kein Problem. Ja, dass, wie heißt das, die Zukunft des Geldes das Cash Gold sein könnte. Zumindest für unsere Community auf jeden Fall, denn wir sind auch schon dabei, ein sogenanntes Exchange hier mit aufzunehmen. Das heißt, Akzeptanzstellen sind schon da weltweit. In Deutschland sind es ja erst drei, aber es werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, ich glaube, deutlich, deutlich mehr werden. Gut, ich glaube, das reicht zu gerne. Hätte ich euch noch das Web-Office und alles gezeigt, aber das werden wir in einem unserer zukünftigen Workshops durchführen. Zu guter Letzt möchte ich noch ein abschließendes Video gerne dreinstellen, was nochmal einfach alles in einem zeigt, wo Karatbars und Karatgoldcoin, in welche Richtung alles zukunftsmäßig gewiesen wird. Ich bedanke mich, dass du dir das komplett angeschaut hast, dass du jetzt deine Goldcoins hast, dein Bronzepaket. Jetzt heißt es, weiterempfehlen, denn das sind echte Produkte. Gold liebt jeder. Niemand muss hier ein schlechtes Gewissen haben, dass jemand über den Tisch steht. Ganz im Gegenteil, sie werden freudig und dankend dir mitteilen, danke, dass du mir diesen Tipp hast zukommen lassen. Ich verabschiede mich, euer Andreas Schiffner hier aus Kalpe, Spanien. Bye, bye.